The Better Original Ich hätte mich aber nie wollen, obwohl ich immer sehr begleitet habe Und bei Vaduz hätte ich sofort anfangen können Ich hätte sogar bei Thun Trainer bleiben können Ich habe aber leider zu viel Haare gehabt, um dort hinzupassen Und ich glaube auch, dass die werden abstiegen Und ich will einfach immer in der obersten Liga tätig sein Ah ja, liebe Grüße an Marcel Herzog Niene hätte ich so ins Rotieren kommen wie unter mir Bis zum nächsten Mal The Better Original The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen Every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com